hallo freunde ich möchte euch mal gerade so ein kleines bisschen an meine aussicht teilhaben lassen heute ein bisschen in der sonne unterwegs bisschen durch die eifel cruisen und auf der schönen wie heißt das hier bank auf der riesenbank von wie heißt das hier birisborn biris borren ich lasse euch noch ein paar schöne in hier wie heißt das sendung soll ich ein paar schöne bilder noch durchlaufen hier die wir eben gemacht haben mit dem sexy bauch ihr könnt ja mal in die kommentare schreiben was ihr heute so macht und wie ihr das schöne wetter genießt und ob ihr auch trotz corona einfach euer leben weiterlebt so so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Könnt jetzt rein theoretisch einfach auch hier bleiben und den Rest des Tages hier verbringen Das Schild im Hintergrund ist auch nicht schlecht Als wir das gesehen haben, haben wir uns direkt gedacht, das ist doch der geniale Privatparkplatz hier Nutzen wir das hier, um zu blockieren Und ja, wenn es euch gefällt, liken, teilen, kommentieren Keiner weiß, was das hier bedeutet Wir wissen es nicht, aber wir lassen es trotzdem drauf stehen Watch 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 Bis zum nächsten Mal.